so leute von heute ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und ich weiß dass ich jede einzelne karte schon gezogen habe es gibt im dschungel 64 garten und ich habe einfach schon jede karte gezogen jede holorea auf jeden fall die nicht holoreas die habe ich noch nicht alle gezogen ich habe noch kein relaxo in nicholo zum beispiel das fällt mir jetzt gerade spontan ein ja mehr würde mir da jetzt auch erstmal nicht einfallen und ich habe mir jetzt mal wieder drei booster hier weggenommen und den werde ich jetzt mal öffnen eins habe ich hier noch fenster blutzuck rihon barras dragosso pummelhof owei aquana sehr schick duflor nobelicats und skaloppa aquana nicht holo 3 2 3 1 3 und 3 und 3 3 der Zum Rea Kukowai, Baloppa und Tauros. So und das dritte und letzte Booster für dieses Video. In den Statistiken steht übrigens, dass jedes dritte Booster ungefähr eine Holo Rea enthalten soll. Ungefähr immer jedes dritte Booster. Das ist eine komische Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube da nicht so ganz dran, aber wer weiß. Rihon, Paras, Dragosso, Pomalov, Owei, Menki, Nidoran, Relaxo, nicht Holo. Haha, ist das geil. Relaxo, nicht Holo. Die Karte, die mir noch gefehlt hat. Tauros, Snoopylicat, Razav. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Ja. Das ist die Karte, die mir noch gefehlt hat. Echt Hammer. Echt richtig geil. Okay. Ja, Leute. Dann habe ich jetzt nur noch ganz wenige Booster. Inklusive meiner drei weggenommenen. Schaut sie euch einfach an, die nächsten Videos. Und bis dahin. Ciao. Ja. 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 Dann habe ich noch mal hier. Ja. Ja.